ach so ich muss erst die schalter reparieren ah hier die kabel da warte mal kann man das gerade hochziehen irgendwie und so halbwegs zumindest ok ok ach da ist noch eine lampe gleich gesehen noch die muss ich ja eingang hier muss doch eigentlich von danach das wäre denn nur wenn er die ersten drei die zwei die symbole die verwirren mich gerade nur auf die schalter ich glaube das ist nur zum weiterleiten das ist nach unten kann ich nicht gehen and mal und 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 bin und und them und 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 Aber mit der R-Taste bringst du Form rein. Ah. Ah, da kannst du den... Okay. Ja, ist schon okay so. Ah, ich hätte auch die unteren nehmen können hier, ne? Ist egal. Okay. Ach, von Schalter zu Schalter? Ich hätte jetzt jede einzelne Sicherung verpasst. Ja. Oh so wird die schule raus jetzt passt das schon klar ist ja zwei ist ja verrückt verrückt vorhin habe ich ja auch erst mal so gesessen ich dachte was ist los hier warum passiert nichts habe da gedrückt hundertmal bis da was passiert ist warte mal ganz kurz ich sehe das jetzt gerade erst ich muss tatsächlich mal ganz kurz hier in mir auch so ich wusste erst nicht dass ich das drehen kann so kann man das auch lesen nur ein schluck kaffee oder auch nicht lasst das an jetzt auch ja das mit dem kabel mache ich beim nächsten auf jeden fall sauberer könnte ich doch jetzt eigentlich ja mit der ich dachte ja auch gerade da hinten ja um die ecke rum dachte ich auch was denn da los haben wir das kabel durch den raum gezogen kannst du machen aber auch dafür bezahlt es ist mal was anderes wieder zum spielen und man weiß der simulatoren sind ja so mein ding mag ich ja so sind mein ding nicht in bezug darauf dass ich kann sondern einfach nur dass ich so mag genau so magst du auch gerne simulatoren ja einige schwung gespielt hier schließe die schalte an die hauptstromversorgung an warum ist das nicht abgehakt wie alt bist du denn wenn ich fragen darf ah ok ja ballerspiele 47 auch das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht krass das hätte ich nicht gedacht da kann man mal sehen wie man sich täuscht ja ballerspiele habe ich auch mal bock drauf aber ist auch nicht so mein sensiver simulatoren minecraft oder ja was war noch hatten wenn es v ist und so green hell das ist noch alles in Ordnung so dann gucken wir mal am pc und dann guckst du mal ob mit meiner garage stimmt etwas nicht ist das der auftrag entferne die leuchten ist da irgendwie ein auftrag bei denen von denen was du da meintest entferne die leuchten mal gucken ob hier alles gut ist da komme ich nicht weiter ok es tut mir so leid die leuchten sind so stark dass ich mich sehr blende ich brauche hilfe mit den lampen die leuchten alle so hell ich will dass sie aufhören die leuchten im flur haben glühbirnen aber ich kann sie nicht herausnehmen sie sind heiß ich mag die lampen nicht bitte ignoriert die seltsame verziehung es sind familienerbstück aus meiner alten aus meiner heimat rumänien folgen artikel haben wir alles da bin ich mal gespannt jetzt die glühbirnen in den korridoren zerstöre die schalter in einräumen wat ist diese Verbindungen in mir ne? ich glaube also wie gesagt ich bin halt kein elektriker ne? aber wenn hier äh wenn das der elektriker sehen würde der würde den Lachenfall kriegen Wo fällt die Glühbirne in den Korridor? Hier sind die zu hell. Dann soll er halt einfach das Licht auslassen, wenn es ihn stört. Das sind doch die Lampen hier. Aber ein neues Stück zeigt er an. Ach, hier? 1, 2, 3, 4, 5. Wie bei mir. Achso, du weißt auch nicht, wo du jetzt wie wo anfassen sollst, weil du kannst ja echt nichts anklicken, ne? Lampen sind halt ausgegraut. Hier ist das Sicherungskasten, sagst du? Ach da. Jetzt muss er erstmal drauf kommen, welche Lampen überhaupt weg soll. Aber welche Glühbirnen? Entferne die Glühbirnen in den Korridoren. 1, 2, 3, 4 wären das hier unten. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also die sollen... Alle weg. Okay. Dann müssen wir das plötzlich hier noch ein bisschen höher machen. Okay, man kann auch die Schalter nicht aufmachen mit dem Schraubendreher. Merkwürdig. Anna Ich würde hier schon wieder rumgeforzt Was hast du denn gegessen? Das ist ja echt merkwürdig Du kannst ja hier rein Du kannst die Lichtschalter nicht öffnen Ne, jetzt brauche ich nicht Ausgang Irgendwas soll man hier wohl auch anklemmen Nö Weil ich habe hier gar kein Kabel Ich lasse mir nochmal das Licht an Du kannst die nicht öffnen Du kannst die Lampe nicht anklicken Da passiert gar nichts Auch wenn du leere Hände hast Du kannst keine Lampe einsetzen Vielleicht kann man daran auch nur noch nichts machen Weil man dann gar nichts dran machen soll Ich meine es gibt noch andere Missionen Aber es ist so ein Kacke Wenn du gar nicht erst weiterkommst Das ist ja schon scheiße Ich bin so froh, dass ich nicht alleine bin Das macht glücklich Das kann ich mir vorstellen Das glaube ich dir aufs Wort Man denkt dann natürlich immer erst mal Wenn du jetzt nicht gekommen bist Ich hätte jetzt gedacht Bin ich doof oder was? Und das bin ich tatsächlich sehr oft Wenn ich zocke Ähm Ja Jetzt fühle ich mich dann noch ein bisschen besser Ah, das gibt's ja nicht Das ist wirklich beides Zerstöre die Schalter in allen Räumen Aber Wie soll man denn die Glühlampen entfernen? Da kommt man ja schon gar nicht ran Dann brauchen wir vielleicht eine Leiter Wann netter Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Leiter? Weil, warte mal Das können wir auf jeden Fall betätigen Okay Vielleicht brauchen wir eine Leiter Um an die Lampe zu kommen Was ist das für eine Kacktür? Ja, ne Du musst es zerstören Ach, eigentlich Du hast ja keinen Auftrag als Elektriker Oder alles Das ist hier Zerstör doch mal die Lampe Sondern entferne die Lampe Äh Okay Äh Okay Der Rest der Wohnung Sieht jetzt aber nicht danach aus Äh Naja, Rumänien halt Ja, das ist richtig Papiere am Start Könnte ich nicht schon schlafen Sag ich ganz ehrlich Andere brauchen ein bisschen schicke Musik Ich muss hier wirklich mal alles durchsuchen jetzt, ne? Und im Schub werden wir jetzt keine Leiter finden Oder irgendwie ein Tritt oder so Aber wir können ja auch an diesen Lampen Das ist ein richtiger Fehler Hast du recht Wir können ja auch an den anderen Lampen nichts machen Das war einfach mal offen Die kannst du ja auch nichts machen Das war ich aber nicht Ich sehe hier irgendwo ein Hammer Aber eigentlich bringst du doch das selbst nicht selber mit, ne? Und die Leiter bringt man ja auch selber mit eigentlich Ich? Mann, das macht mich jetzt auch sauer Weil ich dir wie es ist Vor allem diese Lichtschelters Kommst du in den Keller Latti, danke schön für dein Follow